Herzlich Willkommen zu der 14-Tage-Challenge von der Akademie für Ordnung. Mein Name ist Thomas Borchardt, ich bin Dein Coach für Ordnung. Bevor wir starten, möchte ich Dir gerne ein paar Erläuterungen geben, was Dich erwartet und wie Du am besten mit der Challenge umgehst. Das Wichtigste ist, dass Du ohne Druck arbeitest, denn Druck ist der Feind eines jeden Veränderungsprozesses. In jedem der kleinen Videos werde ich Dir einen Bereich oder eine Möglichkeit vorstellen, aus der Du ein Teil wegwerfen kannst. Diese Bereiche sind extra schon so gewählt, dass Du mit Sicherheit dort eine Kleinigkeit vorfinden wirst, von der Du Dich trennen kannst, ohne jedes Problem. Und genau darauf kommt es mir an. Wegwerfen ohne jedes Problem. Nimm also jeweils ein Teil und sei es noch so klein oder unbedeutend und werfe es weg. Gerade hier liegt die große Wirksamkeit. Du lernst Dich ganz entspannt von an, etwas zu trennen. Das ist genau das, was ich erreichen möchte, denn das ist der optimale Einstieg für Dich. Entspanntes Wegwerfen. Natürlich darfst Du auch etwas mehr wegwerfen, wenn Du möchtest, aber das ist nicht notwendig. Es kommt in dieser Challenge mehr darauf an, die Kontinuität zu entwickeln und die Leichtigkeit zu spüren. Strukturell ist es so aufgebaut, dass Du zu Anfang eine Motivation zum Nachdenken und Umsetzen bekommst. Diese Motivationen sollen Dir helfen, Ordnung besser zu verstehen und so kleinste Veränderungen in Deinem Denken und Verhalten zu bewirken. Dann folgt das Video. Außerdem stelle ich Dir den Text noch einmal in Schrift zur Verfügung. So, genug der Vorrede. Fangen wir an. Sicherlich bist Du schon ganz heiß darauf, etwas wegzuwerfen. Schau Dir also jetzt das nächste Video an. Bis gleich. Tschüss.